hallo zusammen ich bin's rafael ich grüße den matthias denn matthias unterstützt unseren kanal neu finanziell auf meiner patreon seite matthias merci und heute wollte ich euch zeigen eine partie die habe ich selber gespielt das war eine partie mit längerer bedenkzeit 30 minuten online auf liches war sogar und ich wollte euch die partie unbedingt zeigen nicht weil es jetzt so ein taktisches feuerwerk ist ein bisschen taktik kommt schon vor drin vor es geht mir mehr darum euch noch mal zu zeigen was sind eigentlich so die typischen ideen und pläne in der karo kann verteidigung und wie sehen typischerweise karo kann partien eigentlich aus worauf legt der karo kann spieler wert wie es seine herangehensweise und man kann auch so ein bisschen allgemeine themen noch lernen aber lasst uns nicht zu viel zeit mit der vorrede verbringen lasst uns lieber die partie anschauen ich hatte also schwarz und mein gegner hatte ein klassisch rating von knapp über 1900 und ist jetzt also kein kein übergegner für für mich ich bin ja so irgendwo 2000 2100 auf liches und wir haben hier e4 und c6 und das ist die karo kann verteidigung man möchte als nächstes die fünf spielen und wenn schwarz schlägt kann man mit einem randbauern zurückschlagen und hat dann eine bauernmehrheit im zentrum immer wenn der gegner ein bauern nur ein feld vorspielt dann könntet ihr als weißer immer das vollzentrum bilden da ist nichts falsches dran wenn man die chance hat sollte man das tun mein gegner der springer f3 gespielt na gut ich spiele die fünf karo kann spieler spielt ja nicht ohne grund c6 er will d5 spielen also mache ich das hier auch und hier hatte ich jetzt erwartet springer c3 und das nennt man den zwei springer angriff und das ist eine ganz interessante spielweise gegen karo kann na gut schwarz schlägt hier weil es schlägt mit dem springer zurück und wenn ich jetzt den mein springer raus spiele und weiß tauscht hier dann könnte weiß mir vielleicht hier so doppelbauern verpassen das will ich nicht unbedingt wenn ich den läufer hier gleich heraus spiele ja dann kriege ich wieder so ein tempo auf den den läufer lasst uns doch einfach springer f6 vorbereiten lasst uns den anderen springer ausspielen springer b nach d7 und jetzt spielen wir als nächstes den springer raus und wenn dann weiß tauscht können wir mit dem springer zurückschlagen kein doppelbauer weiß entwickelt und jetzt kommt der springer raus und hier kommt jetzt das interessante an diesem zwei springer angriff also ihr tauscht jetzt nicht hier ihr geht auch nicht irgendwie zurück sondern hier gibt es einen zug den kennen viele karo kann spieler gar nicht den kennen auch viele weiß spieler überhaupt nicht aber wenn man sich zum beispiel jetzt ein bisschen mit diesen zwei springer angriff beschäftigt da hat man hier vielleicht einen kleinen wissensvorteil gegenüber dem karo kann spieler und kann richtig überraschen was ist denn hier der interessante zug der andere interessante und ungewöhnliche zug hier ist springer e nach g5 und da sagt man doch naja gut das ist ja quatsch den kann ich einfach vertreiben naja gut mal nicht zu schnell also das könnte jetzt schon ziemlich schnell in die hose gehen die partie ist jetzt vorbei das ist ein matt also so schnell kann es gehen mit dem zwei springer angriff mal gut man kann natürlich e6 spielen jetzt ist der bauer mal sicher das problem ist was ist jetzt mit unserem läufer wir spielen ja gerade karo kann um den läufer vor die bauernkette zu entwickeln und jetzt kommt da nicht mehr raus da hätten wir gleich französisch spielen können also wir haben hier so französischen läufer und das ist vielleicht nicht unbedingt das was man will deswegen ist e6 hier vielleicht auch nicht so gut der beste zug hier wäre die springer in zentrum zu spielen der blockiert jetzt den läufer der bauer ist also jetzt gerade sicher und da der bauer sicher ist können wir jetzt auch den springer vertreiben springer geht es im zentrum jetzt können wir uns überlegen mit dem bringer sozusagen reihe 7 nach f6 den springer tauschen zu wollen aber wenn wir vielleicht den läufer kriegen wäre das ja schöner also gehen wir mal hier rüber der läuft ab jetzt können wir hier versuchen mal ein bisschen druck zu machen mit den bauern aber einfach jetzt den läufer entwickeln den springer angreifen das kann ja nicht falsch sein springer zieht sich zurück der läufer geht sich geht zurück hat jetzt hier so schön sicheren hafen gefunden so schön parkplatz gefunden wo er so rückwärts eingeparkt ist hochrad e6 und jetzt haben wir eine ganz typische karo kann stellung erreicht also schwarz hat hier jetzt das erreicht was er erreicht wollte allerdings hier bleibt weiß am drücker und wir haben schon elf züge und trotzdem bleibt hier weiß weiterhin am drücker hat ganz wer hat das feld e5 für seinen springer er kann aber auch ganz interessant nach h5 gehen und immer druck hier auf den bauern machen dass der sich nicht bewegen kann also ganz interessant man kann auch hier druck mit den bauern am damenflügel machen einfachen turm auf die halb offene linie ist natürlich auch nicht falsch also diese stellung obwohl wir schon elf züge haben bleibt unangenehm für schwarz und weiß bleibt ja immer am drücker und deswegen ist eben der zwei springer angriff ganz interessant und eine schöne alternative die man vielleicht spielen kann in der partie kam es hier anders es kam jetzt hier natürlich erstmal d5 von mir aber es kam jetzt eben nicht der springer raus so wie ich erwartet hatte so etwas überraschend hat weiß ja einfach geschlagen gut schlage ich natürlich zurück die vier gut jetzt ist mein läufer außerhalb der bauernkette er hebt die fesselung auf auch alles gut und macht die rochade und das war jetzt ein bisschen sagen wir mal langsam gespielt von weiß aber gut gespielt ich meine rochade gemacht zwei figuren mehr oder minder entwickelt ein bauern ins zentrum gestellt also natürlich ist das jetzt hier eine ausgeglichene stellung weiß hat den öffnungsvorteil weggegeben aber alles sehr gut nachvollziehbar so bisschen auf vielleicht auf sicherheit gespielt weiß deckt noch mal den bauern naja gut er hat vielleicht ein bisschen angst gehabt dass ich irgendwann hier tausche und dann vielleicht mal da schlagen kann aber ein läufer so sagen wir mal auf e3 das ist jetzt eigentlich nur so ein großer bauer hier macht jetzt auch keinen so guten eindruck also der hätte einfach weitergehen können ist jetzt aber auch nichts schlimmes hier wollte ich jetzt gerne mein läufer entwickeln nach d6 hat aber ein bisschen bedenken gehabt dass er mich gleich angreift und deshalb habe ich erst mal das feld h5 kontrolliert solch ein zug macht natürlich hier auch immer so ein bisschen löcher in die stellung rein das ist der nachteil und jetzt hätte der springer hier so ein weg hier rein zu nach c5 wird ein ganz netten hohrposten gehabt wenn er dort mal vertrieben wird dann geht er hier rüber und stellt sich da rein also solche züge haben da natürlich ein bisschen nachteil solange ich noch nicht b5 spielen konnte und jetzt sieht man schon der läuft hat einmal gezogen noch mal gezogen und jetzt versucht er mir hier meinen guten läufer weg zu tauschen was macht man jetzt sollte man jetzt tauschen nein ich tausche nicht ich entwickle selber weiter stelle mein turm hier auf die halb offene linie auf offene linien oder halb offene linie da müssen türme drauf da haben sie wirkung und soll er doch schlagen wenn er will dann hat er drei mal seinen läufer gezogen ich kann meine dame entwickeln mit dem zurückschlagen und jetzt habe ich die öffnung komplett abgeschlossen alle figuren sind entwickelt alle figuren stehen auch auf guten position also da wäre ich sehr zufrieden gewesen wären kleiner angenehmer vorteil für mich weiß merkte jetzt auch okay er muss ja nicht unbedingt tauschen bringe ich erst mal noch mal türmen in die mitte und jetzt kommt hier kein springer erst mal mehr rein und natürlich das ist ein schönes feld der ist angegriffen na gut er ist auch noch gedeckt also ich müsste jetzt nichts machen aber ich tausche hier und die idee ist der karakant spieler tauscht den weiß feldring läufer immer gerne weil die bauern struktur ja auf weißen feldern steht und da wird der läufer ja sowieso behindert durch die eigenen bauern und deswegen wenn ich den sogar gegen einen gegnerischen läufer abtauschen kann das ist ja noch besser ich würde den zur not sogar gegen einen springer tauschen und hier gegen läufer ist ja noch schöner und jetzt kommen meine springer in die stellung rein und das ist natürlich jetzt schön das ist natürlich jetzt ganz typisch karo kann hier ein springer nach c4 bringen den turm auf der halb offenen linie haben und ein minoritäts angriff hier am damenflügel starten das sind so die ideen am damenflügel durchzubrechen und der könig hier im königsflügel soll ganz sicher sein da möchte ich nichts tun deshalb sind viele varianten für den karakant spieler auch am unangenehmsten in denen weiß hier mit dem f-bauern zum beispiel vormarschiert und druck macht auf die königstellung also der karakant spieler hat immer eher so eine angst vor wilden angriffen am königsflügel aber da weiß hier nichts macht in der richtung jetzt bin ich dran und was sollte jetzt hier weiß machen weiß der beste zug wäre den springer zurück zu spielen vielleicht den abzutauschen und dann selber hier irgendwie schöne vorposten zu haben weiß hat hier aber gemerkt es wird so ein bisschen unangenehm und wenn man wenn es irgendwie da ist so ein bisschen spannung und diese springer sehen ja auch so gut aus und stehen jetzt hier drin da droht vielleicht irgendwie was wenn man hier vor geht dass man vielleicht hier steckt wie auch immer es ist aber so es droht ja nichts direkt es droht in dem moment nicht direkt dass die springer was tun wenn man aufpasst man kann also um die springer auch drumherum spielen was weiß hier aber macht es weiß spürt den druck in der stellung und dann ist es oft so das machen auch gerade anfänger falsch dass sie irgendwie versuchen diese spannung die in der stellung ist aufzulösen also abtauschen und das ist natürlich ein fehler denn weiß tauscht sich hier selber schlechter denn das was resultiert ist plötzlich eine schlechte bauernstruktur für weiß ein rückständiger bauer plötzlich hat weiß die schwächen in der stellung vorher stand da schon ein bisschen passiv jetzt hat er auch richtige schwächen die ich angreifen kann und weiß macht es sogar weiter tauscht noch weiter und ich schlag einfach mit der dame zurück habe jetzt hier meine dame im spiel und weiß bleibt auf den schwächen sitzen man sollte also wirklich nur abtauschen wenn ihr dadurch einen vorteil habt oder einen nachteil verändern müsst und hier hat weiß sich jetzt erst einfach selber schlechter getauscht eine unangenehme stellung er greift meinen springer an hier habe ich überlegt jetzt den springer zurückzuziehen wenn ich könnte würde ich den am liebsten hier hinstellen das ist aber nicht so einfach also da ein weg zu finden jetzt muss man sozusagen von da nach da kommen gar gar nicht so einfach also natürlich es gibt einen weg aber springer sind natürlich immer so ein bisschen schwer zu manövrieren und das sind natürlich jetzt ganz schön viele viele züge ich glaube sechs züge insgesamt in der zeit kann natürlich weiß hier vielleicht sich auch befreien denn und deswegen habe ich gedacht okay das ist vielleicht ein bisschen zu langsam wäre sicherlich die beste idee gewesen aber ich habe gesagt okay ich tausche auch noch den springer oder sagen wir mal ich tausche jetzt auch den springer vorher hat er weiß die die abtäusche erzwungen diesmal erzwänge ich den abtausch ganz einfach damit weiß auf der schwäche sitzen bleibt mit den bauern und der könig sieht auch ein bisschen unangenehm aus also mein könig sieht deutlich sicherer aus als seiner und im endspiel ist immer königssicherheit ganz wichtig und in einem schwerfiguren endspiel hier sind ja alle leichtfiguren weg in einem schwerfiguren endspiel ist königssicherheit noch viel viel wichtiger warum machen wir mal irgendwie jetzt ein ganz blödes beispiel sagen wir mal weiß will sich irgendwie befreien schnappt hier ein bauern in der hoffnung vielleicht irgendwas hier zustande zu bringen nur mal zum spaß und jetzt sieht man plötzlich ups königssicherheit schwerfiguren sind einfach ganz brutal und können ganz leicht mats aufbauen und hier ist jetzt keine keine rettung mehr das wird einfach mat gehen also das war mein gedanke diesen springer auch noch abzutauschen zu sagen weiß bleibt auf den schwächen sitzen und es kann gefährlich werden für den weißen könig weil es geht auch mal auf die halb offene linie sicherlich nicht so falsch ich gehe auf den bauern los na klar und jetzt kam der turm hier rein und ich habe gedacht was will jetzt eigentlich der turm hier naja gut es ist schon blöd weil ich jetzt mit der dame hier irgendwie nicht rauskommen also hat schon irgendwie sind ich habe jetzt erstmal diese schwäche die hat zementiert diese schwäche behältst du ich stelle da ein turm dafür du kannst die bauern diesen rückständigen bauern wirst du nicht los auf den werde ich jetzt spielen das war so meine meine idee muss der kurz husten womit habe ich jetzt hier gerechnet ich habe erst mal mit dem zug gerechnet dass er versucht hier druck zu machen irgendwie auf den bauern aber wenn ich jetzt irgendwas auf g6 stelle also einfach den bauern vor oder zu not die dame zurück dann passiert er ja gar nichts das lustige ist ich muss noch nicht mal was machen ich kann auch einfach hier übergehen soll er doch hier schach geben was macht er denn jetzt wie soll er denn hier weiter jetzt irgendwas ausrichten können mein könig ist sicher der rennt einfach raus es passiert nichts wenn er versucht hier irgendwie noch den turm damit hinzukriegen und vielleicht auch die dame anzugreifen dann sieht man wieder wie verdammt stark schwerfiguren sind und wie leicht schwerfiguren mats aufbauen können denn hier ist ein matt in zwei zügen schach und matt also turm h5 damit hatte ich gerechnet eine idee ist sicherlich noch f4 vielleicht versuchen jetzt doch auf die königstellung loszugehen ich kann aber einfach auf den bauern losgehen und meine dame hat immer ein weg noch wieder zu fliehen ich drohe oben rein zu schlagen er deckt noch mal und jetzt kann weiß hier oder sagen wir lieber weiß muss die dame für zwei türme geben und das ist natürlich jetzt na gut hier hat weiß zumindestens remis chancen mit den zwei türmen gegen die dame aber wenn weiß jetzt hier nicht direkt f5 spielt um die stellung zu schwächen dann ist die stellung hier auch verloren weil die dame zu stark ist aber die weißen türme sind halbwegs gut koordiniert aber es ist natürlich auch schwierig für weiß hier alle alle bauern zu schützen also f4 wäre noch eine idee gewesen das beste für weiß wäre hier gewesen da mit c1 da mit c1 ist aber jetzt kein leichter zug zu finden schon wenn man gleich sieht wie sieht wie die partie weitergeht dann ist der zug nicht so schwer zu finden aber die idee ist wenn ich jetzt auf den bauer losgehe dass er den bauern jetzt eben noch mal decken kann und das ist natürlich jetzt auch eine angenehme stellung für für schwarz schwarz kann hier einiges machen die weißen figuren sind passiv und an den bauern gebunden aber wenn weiß hier wirklich gar nichts tut dann ist das aber auch sehr schwer zu gewinnen für schwarz also hier weiß durchaus remis chancen das wäre so das beste gewesen in der partie hat mein gegner turm f nach e1 gespielt und der verliert jetzt weil jetzt gehe ich auf den bauern los nur gut weiß deckte noch mal ist doch alles gut wo ist das problem ja aber hier gibt es jetzt einen gewinnzug für schwarz und ihr könnt ja mal überlegen ob ihr drauf kommt macht ruhig mal pause wenn ihr im nachgang züge ausprobieren wollte ich einfach nicht zeigen konnte weil die partie ist relativ lang wir sind jetzt erst zur hälfte durch dann geht mal unten in die video beschreibung da habe ich die partie verlinkt dann könnt ihr noch mal alles durchprobieren könnt die computer engine an machen könnt eigene züge ausprobieren könnt das zur not auch übernehmen die studie könnt ihr klonen könnt ihr als pgn runterladen wie ihr wollt seid neugierig neugierigkeit ist das wichtigste für ein schachspieler um besser zu werden einfach lust zu haben varianten auszuprobieren ich würde gerne hier schlagen aktuell ist es aber der bauer gut gedeckt manchmal hat man so tricks dass man hier schlägt und dann hat man hier so ist der bauer gefesselt das funktioniert auch nicht die dame und der turm verteidigen das gut was kann man machen damit dame und turm das nicht mehr gut verteidigen der zug der hier gewinnt ist dame g6 ein sehr positioneller zug mit dem sinn ein verteidiger wegzutauschen weiß hat er geschlagen ich schlag zurück und weiß deckt den bauern aber jetzt habe ich natürlich genau das was ich wollte denn jetzt greift die taktik ich kann den bauern schlagen weil der bauer gedeckt ist also ich habe die den verteidiger dame weggetauscht um genau diese taktik zu ermöglichen und da sieht man eben mein gegner hat aus der verzweiflung abgetauscht hat sich schlechter getauscht ich habe hier bewusst getauscht habe die dame weggenommen weil die dame hier einfach ein guter verteidiger war naja was macht man jetzt hier weiß könnte schlagen aber dann gewinne ich den tor mit schach und gewinne noch ein bauern dazu und das ist natürlich jetzt eine gewinnstellung denn ich habe sowieso jetzt hier am könig flügeln bauern mehr und habe jetzt hier auch noch zusätzlichen frei bauen also das ist gewonnen deshalb ist weiß jetzt hier rüber gegangen aber jetzt habe ich noch ein angriffsziel jetzt gewinne ich den bauern also ich habe hier einen zweiten bauern gewonnen und meine türme mein turm ist aktiv er kann hier nicht vorrücken der verliert den einfach und die idee jetzt hier in dieser stellung wie macht man weiter wie gewinnt man das jetzt und die idee hier ist im endspiel den könig aktivieren das heißt jetzt laufe ich los mit dem könig weiß kann nichts tun jetzt bietet einen tausch an aber die tausche ich einfach denn an der stellung ändert sich nichts und es verbessert sich für nichts weil nichts für weiß denn er ist immer noch passiv kann sich mit seinen figuren nicht bewegen und mein könig rennt einfach in die stellung und das ist eben so ein wichtiges motiv im endspiel man sagt dass ein könig eine angriffsstärke hat von ungefähr vier punkten also wenn man bedenkt dass ein springer oder ein läufer vielleicht so drei punkte sind also manchmal sagt man auch ein springer 2,75 ein läufer vielleicht 3,25 diese bewertungen sind immer stark abhängig davon wie aktiv eine figur ist ein turm der in der ecke ist und nichts tut ist auch keine fünf punkte wert und ein turm der auf der dritten reihe ist und alle gegnerischen figuren blockiert und aufhält der ist sogar auch mehr als fünf punkte wert und hier sieht man eben weshalb ein könig gerade im endspiel stärker ist als eine leichtfigur mein könig rennt einfach in die stellung rein kann alles angreifen weiß verteidigt sich tapfer aber weiß hat im grunde keine züge kann nur hin und her ziehen und ich würde jetzt gerne den turm wieder bewegen können der turm soll hier die bauern blockieren aktuell aber ich möchte den gehen gerne wieder beweglich haben und deshalb habe ich hier mal ein guter schach gegeben und jetzt den bauern vor gerückt und die zwei bauern blockieren jetzt die das heißt weiß kann nichts machen und mein könig und der turm sind wieder aktiv und sind haben die chance sachen anzugreifen also immer auf aktivität der figuren setzen nicht einfach nur hier so ein turm rumstehen lassen der blockiert zwar schön aber ich möchte gerne aktivieren und deswegen übernimmt der zweite bauern sei seinen job und jetzt sind turm und könig aktiv und bei ihnen sind alle bauern passiv der turm ist passiv der könig steht schlecht er gibt mal ein schach naja gut gehe wieder zurück und hier sind bei der nächsten stellung also wir haben durch die taktik bauern gewonnen wir haben den könig aktiviert wie können wir es jetzt wie ist der nächste schritt wie gewinnen wir es jetzt jetzt wird die partie auch nicht mehr lange dauern es geht jetzt darum sich ein freibauern zu verschaffen wo sind die vorstöße wo kann man sich ein freibauern verschaffen man kann sicherlich auch hier vorgehen und dann hoffen den zu gewinnen aber den bauern vorstoß den man hat ist auch der linie ich habe zeit weiß kann ja nichts tun also den bauern durchbruch weiter vorbereiten und jetzt kommt der bauern durchbruch wenn er schlägt habe ich sogar zwei freibauern das sollte reichen weiß schlägt also nicht aber jetzt gehe ich einfach vorbei und jetzt habe ich hier ein freibauern und es ist sogar ein gedeckter freibauern also ich muss jetzt gar nicht auf den aufpassen er ist durch seinen kollegen gedeckt weiß muss jetzt aufpassen dass der nicht durchläuft noch weniger raum für weiß weiß versucht verzweifelt alles irgendwie noch zu decken was noch da ist aber ich kann einfach immer mehr meine figuren aktivieren und hier ist jetzt hier sind weiß einfach jetzt die züge ausgegangen es ist zugzwang weiß hat kein zug mehr übrig und das ist eben wenn man passiv wird und die figuren nur passiv irgendetwas verteidigen dann gehen einem irgendwann die züge aus wenn sich der bewegt wird er weggenommen wenn sich der bewegt wird der weggenommen wenn der könig sich bewegt wird der weggenommen wenn der sich bewegt wird einfach weggenommen also zugzwang er gibt den bauern aber den nehme ich gar nicht so nicht live lauf einfach weiter rein und was soll er jetzt hier machen wenn er sein tor rettet dann gehe ich einfach hinterher jetzt müsst ihr schon hier hinzugehen aber ich muss gar nichts machen ich kann einfach weiter laufen mit den bauern und wenn jetzt tauscht und versucht zu blockieren dann ist das hier und im grunde ja das ist jetzt schon ein matt da könnte man jetzt mal das schnellste matt suchen die idee ist dass man den vorspielt ohne dass einer der beiden verloren gegangen verloren geht was braucht man also zum matt setzen den könig man läuft mit dem könig rüber wenn der könig raus rennt kann man einfach vorgehen und sich hier die dame holen dann wird es matt wenn weiß irgendwas anderes macht dann schlägt man hier gar nicht sondern geht mit dem könig weiter rüber und setzt jetzt matt also das wäre das schnellste matt gewesen in der partie kam lustiger zug bei gegner hat noch mal b4 gespielt und wollte testen ob ich en passant kennen ich habe den aber geschlagen der turm geht rüber ich rück vor und hier hat jetzt weiß aufgegeben fazit der partie im karo kann versucht man den weißfältigen läufer der im französischen in der französischen verteidigung gerne eingesperrt wird und den man dann schwer wieder ins spiel bringen kann wo die bauern kette zu entwickeln außerhalb der bauern kette zu entwickeln hier der läufer steht jetzt außerhalb der bauern kette das ist so ein motiv wenn man die chance hat immer ein bisschen vor wenn man die chance hat tauscht man diesen weißfältigen läufer gerne weg denn die bauern struktur ist auf seiner farbe und dann wird der läufer sowieso durch die bauern behindert und wenn man es schafft den sinnvoll zu tauschen sogar gegen den gegnerischen läufer dann ist das doppelt gut und dann setzt man als karo kann spieler auf das spiel am damenflügel oft ein minoritätsangriff also eine minderheit an bauern greift eine mehrheit an unterstützt mit den türmen dahinter unterstützt durch den läufer das ist die hauptidee vom karo kann was man hier allgemein noch sehen kann ist das motiv hier ihr solltet nur tauschen wenn ihr dadurch einen vorteil habt oder einen nachteil verhindern wollt und in dieser stellung ist es eben verständlich dass weiß versucht hat alles wegzutauschen aber weiß hat sich hier nur schlechter getauscht und hat sich hier einfach nur ein schlechtes in ein schlechtes endspiel getauscht und das ist ein fehler den machen gerade anfänger sehr oft dass sie versuchen zu tauschen 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 ihr solltet aber wirklich nur tauschen wenn ihr dadurch auch einen vorteil habt oder zumindest nicht ein nachteil verhindern müssten dann könnt ihr natürlich auch tauschen aber hier war eigentlich gar keine direkte drohung und keine notwendigkeit zu tauschen es ist ein gutes beispiel gewesen diese partie wie ein karo kann spieler tickt und was für spiele anstrebt wenn man karo kann spielt dann sind das oft so ein bisschen so eher langweiler dann sind das oft welche die gut im endspiel sind und die keine verwickelten taktischen motive haben wollen es ist manchmal auch so ein bisschen im spaß sagt man so ein bisschen so altherren schach man kontrolliert ist man gibt kein risiko ein man strebt eine lange partie an eine ein unangenehmes endspiel für weiß indem man weiß dann lange quält vielleicht irgendwo mal einen bauern gewinnt und dann versucht das endspiel nach hause zu schieben das ist kein hurra schach aber es ist auch schach und das war hoffentlich für euch auch interessant und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder mal schauen vielleicht wieder mit dem karo kann tschüss und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder mal schauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder wir sehen uns beim nächsten mal wieder